Nachgefragt Mittag bei Rosenfeld von der Welt. Ich grüße Sie ganz herzlich. Einen fröhlichen Tag nach Bonn. Dankeschön. Mit der Forderung nach Gleichheit der Lebensverhältnisse entdecken sich CDU und SPD quasi selber, dass sie noch da sind im Osten. Oder wie soll man das verstehen? Naja, dass es jetzt einen Aufbauplan Ost, der mehr oder weniger Volksparteien CDU und SPD gibt, hat natürlich etwas damit zu tun, dass jetzt gewählt wird in diesem Jahr in drei wichtigen ostdeutschen Bundesländern. Und es hat vor allem etwas mit der Angst vor der AfD zu tun, die ja sehr stark in diesen Bundesländern in den Umfragen ist. Und insofern kann man dieses Aufbauprogramm Ost durchaus auch als Anti-AfD-Programm bezeichnen. Was wäre dann die Botschaft jenseits von Anti-AfD? Naja, es geht erstmal darum, soziale und wirtschaftliche Maßnahmen für Ostdeutschland auf den Weg zu bringen. Das geht vor allem um Rententhemen. Es geht um Infrastrukturmaßnahmen. Wenn man sich das SPD-Programm anguckt, da steht dann auch tatsächlich drin, dass sich Ostdeutschland als Experimentierraum für autonomes Fahren eignen würde. Da fällt es mir wirklich schwer, nicht polemisch zu werden. Also offenbar scheinen leerstehende Landstriche als Fuhrpark für Autos ohne Menschen, als Testgebiet da angedacht zu werden. Ich frage mich, ob die Angst der CDU und SPD vor Stimmverlusten in ostdeutschen Ländern tatsächlich dazu taugt, als vertrauensbildende Maßnahme, um die Verlustängste mancher in Ostdeutschland kompensieren zu können. Das stellt sich doch eher als große Frage dahin. Ich finde es wenig überzeugend, es ausgerechnet jetzt zu machen. Und ich finde es bemerkenswert, dass beide Parteien am selben Tag ihre Programme vorstellen, dass diese Programme sich auch kaum unterscheiden. Und der Osten, den gibt es schon länger, dass es dort Probleme gibt, ist auch schon länger bekannt. Diese große Koalition, das ist nicht ihre erste Legislaturperiode, die sie regiert. Insofern hätte es schon andere Zeitpunkte gegeben, um sich dem Osten anzunehmen. Aber die große Koalition lebt, zeigt sie auch quasi in den Auswirkungen in den Bundesländern. Schauen wir mal auf die große Koalition, auf zwei Ministerien. Vor allen Dingen das eine ist das Ministerium für Verkehr, das andere für Umwelt. Die sind sich einig und uneinig. Also fangen wir mal mit der Uneinigkeit an. In Sachen Grenzwerte bei Stickoxide und Feinstaub. Das ist eine Spaltung der Bundesregierung, könnte man sagen, oder? Naja, wir sind es ja gewohnt von dieser Koalition, dass sie gerne streitet und dass sie in wichtigen gesellschaftlichen Themen unterschiedlicher Meinung ist. So unterschiedlicher Meinung, dass wir ja im vergangenen Sommer kurz mal das Gefühl hatten, dass diese Koalition zerbrechen könnte. Es sind bezeichnenderweise diesmal CSU und SPD, die unterschiedliche Positionen vertreten, was die Grenzwerte angeht. Also da ist einmal der Verkehrsminister Andi Scheuer, der nachdem 100 Lungenfachärzte die Grenzwerte infrage gestellt haben, sagt, diese Debatte muss geführt werden. Und er nimmt sie zum Anlass, um überhaupt noch mal nach Sinn und Effektivität von Grenzwerten zu fragen. Wohingegen die Bundesumweltministerin Frau Schulze sagt, es muss alles so bleiben, wie es ist. Und es ist richtig so, dass es ist. Ich finde es gut. Ja, da wäre ja die Frage, wer spricht da mehr aus, ja, im Grunde genommen im Sinne der Wähler auch und im Sinne der Menschen an der Basis und der, die das diskutieren am Stammtisch oder wo auch immer, der Bundesverkehrsminister oder die Bundesumweltministerin? Also die Umfragen sind ja gespalten, was dieses Thema angeht. Ich finde es aber überhaupt wichtig, dass diese Debatte in die Politik geholt wird und dass darüber gestritten wird. Wenn der Klimaschutz, der ja ein wichtiges Thema ist, ein wirklich gesamtgesellschaftliches Thema werden soll, hinter dem sich die Mehrheit dieser Gesellschaft auch versammeln kann und bereit ist, einen Beitrag zu leisten, dann darf nicht das Gefühl entstehen, dass es zulasten einer bestimmten Gruppe geht. Also die SPD spricht ja immer sehr gerne vom kleinen Mann, die CDU nennt ihn den Normalbürger oder es ist das Schlagwort der hart arbeitenden Mitte, was sehr oft fällt. Und es sind genau diejenigen, die im Moment das Gefühl haben, Klimaschutz geht vor allem zu ihren Lasten und bedeutet für sie Einschränkungen. Und jetzt die Debatte offen zu führen und zu hinterfragen, zu welchem Ergebnis man dann auch immer kommt, das ist doch ein erster wichtiger Schritt, um die Gesellschaft mitzunehmen. Und Regierungssprecher Seibert hat ja nun am Montag auch angekündigt, die Bundesregierung wolle jetzt aufgrund der unterschiedlichen Aussagen von Wissenschaftlern das ganze Thema auch nochmal wissenschaftlich klären lassen. Und das ist ein guter Schritt, weil Debatten führen, das ist Aufgabe der Politik. Also das heißt, das, was Verkehrsminister Scheuer macht, ist eigentlich angemessen? Ja, es ist richtig. Es ist richtig aufzugreifen, worüber in diesem Land diskutiert wird und das zu einem Thema der Parteien und der Regierung zu machen. So, jetzt wollen wir noch die Einigkeit ganz kurz zumindest ansprechen. Einig ist man sich in Sachen Tempolimit 130, das will man nicht. Ja, das hat, da ist glaube ich bei allen die Erkenntnis gelangt, dass es A, nicht die effektivste Maßnahme zum Klimaschutz ist und B, eine Form von Einschränkung für viele bedeutet, wo es weniger um das Praxistaugliche als das Gefühl geht, hier wird immer mehr geregelt, verboten und weggenommen. Und insofern ist es gut, dass dieses Tempolimit jetzt vom Tisch ist. Es steht auch nicht im Koalitionsvertrag. Die SPD hat es 2007 Mal in ihr Programm geschrieben. Daraufhin hat gestern Kevin Kühn hat bei Twitter nochmal aufmerksam gemacht. Aber insgesamt ist da Einigkeit in der Bundesregierung. Ein Tempolimit wird es nicht geben. Und wir werden erleben, dass es im nächsten Jahr die gleiche Diskussion wahrscheinlich wieder geben wird, so wie fast jedes Jahr Tempolimit auf Autobahnen. Genau, Siegmar Gabriel hat es ja 2013 im Wahlkampf schon mal aufgebracht, 120 Tempolimit. Er ist dann irgendwann mal mit seinem Dienstwagen bei 180 erwischt worden. Also Praxis und Theorie sind dann oft doch ganz unterschiedliche Dinge. So ist das auch in der Hauptstadt. Da sind die Dinge doch ähnlich wie bei den Menschen zu Hause. Ist auch mal ganz schön zu hören. Ein Wort noch zum Brexit, weil uns da ja heute eventuell irgendwelche Überraschungen ins Haus stehen könnten oder auch nicht. Setzt den Willen des Volkes um, sagt die britische Premierministerin. Sie will das tun. Der Wille des Volkes ist das eine, der Wille der EU. Das andere, wo stehen wir da eigentlich gerade aus Ihrer Sicht, auch im Hinblick auf das, was da uns ins Haus stehen könnte? Also es ist eine völlig verfahrene Lage und es ist eine Form von Politikversagen. Also die Parteien in Großbritannien, nicht nur Theresa May, sondern auch genauso Labour haben gezeigt, man bekommt es nicht auf die Reihe, einen Brexit zu gestalten. Ich finde, es muss jetzt wieder zurück ans Volk gehen und zwar nicht in dem Sinne, dass man so lange abstimmt, bis man das passende Ergebnis bekommt, sondern die Briten wissen jetzt, worüber sie konkret abstimmen. Das wussten sie vor zwei Jahren nicht. Die Bedingungen liegen auf dem Tisch. Theresa May hat rote Linien gezogen innerhalb derer, die den Rahmen gesetzt haben für das Angebot, was die EU jetzt den Briten machen konnte. Und über dieses Angebot sollten die Briten jetzt abstimmen, ob das das ihr Wille ist oder dass es war, was sie vor zwei Jahren mit einer Mehrheit für einen Brexit gemeint haben. Sagt Dagmar Rosenfeld von der Welt. Ich danke ganz herzlich nach Berlin. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Danke gleichfalls.